Ihr hört immer noch mein Herz wahrscheinlich, ne, der Hammer, ungelobt, es war einfach geil. Das letzte an was ich mich erinnere, es war eine Red Bull Flasche und ein guter Ausblick. Du kommst rein, geile Weiber, geil, es war einfach geil, geile Getränke, geile Shots, alles. Die ganze Kalypse, die Atmosphäre, das geilste was ich dieses Jahr hatte. Echt Hammer. Mädels, also wenn ich zurückdenke, einer heißer als die andere. Wenn wir vorbei waren, ich habe noch nie so viele gesehen. Glücklich. Das war die nächste Party, die ich jemals hatte, ungelobt, eine der geilste. Der Wahnsinn. Urban Motion Beats, ja den Namen werde ich definitiv in meinem Gedächtnis behalten. Dich auf der Knoten im Gedächtnis. Ich sehe das, mit mir raus. Sie wissen, dass ich die nächste Serie. Das ist ja auch über das, mit mir, bei der Schoen zu stehen. Das war das, mit mir dabei, mal sehr gut. Ich sehe die Zeit und ich mich wiederum. Ich sehe mich, das auf die Lächtnäte, mit mir das liegt. Von der Möchte, die Zeit ist aber einfach nur geist. Die Zeit, die Zeit ist in meinem Gedächtnis zu verhiblicalem양en oder deferren. Vielen Dank.